Hallihallo, ich wollte nur Bescheid sagen, dass ich wieder da bin. Yay! Pünktlich am 15.01., wie ich es vorausgesagt habe. Jo, ich wollte nur Bescheid sagen, dass es ab morgen wieder ganz normal weitergeht mit den Videos. Auch wenn ich heute erstmal aufnehmen müsste, damit morgen überhaupt was kommt, aber egal, das krieg ich schon hin. Der Tag ist noch jung. 18.28 Uhr. Ja, ansonsten, ich hatte eine wunderschöne, stressige Zeit. Immerhin musste ich meine Bewerbung fürs Kunststudium fertig machen, hab's aber zeitig geschafft. Ja, und jetzt heißt es warten, bis ich eine Antwort bekomme. Ich hoffe, eine positive. Ja gut, ansonsten habe ich nichts weiter zu sagen. Ich habe die letzte Zeit absolut gar nichts gespielt, deswegen... Ja, ich muss erstmal wieder reinkommen, wahrscheinlich. Naja, wir sehen uns dann morgen. Also, hören. Also, ihr wisst schon. Bis dann. Ciao.